Für Sie und das Baby beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Ich verordne Ihnen Bettruhe bis zum Ende der Schwangerschaft. Diese letzten Wochen ziehen sich manchmal ein wenig hin. Willst du spielen? Sorgen Sie sich nicht. Atmen Sie ganz ruhig. Ich habe seltsame Geräusche gehört. Entspannen Sie sich. Sie werden nicht allein sein. Atmen Sie ganz ruhig. Bleiben Sie zuversichtlich. Lassen Sie sich nicht beunruhigen. Ein neues Leben zur Welt zu bringen, ist einfach wunderbar.